Tief in den Bergen Zentraljapans liegt Eheji, der Haupttempel der Sotoshu, einer Schule des Zen-Buddhismus. Die größte traditionelle buddhistische Gemeinschaft Japans betreibt 15.000 Tempel im Land der aufgehenden Sonne. Der Eheji wurde 1244 vom buddhistischen Mönch Dogen Zenji gegründet, der während seines Aufenthalts in China den Zen-Buddhismus kennengelernt hatte. Nach seiner Rückkehr errichtete er in der heutigen japanischen Präfektur Fukui den Eheji, den Tempel des ewigen Friedens, von wo aus er die Lehre des Zen verbreiten wollte. Mehr als 200 Mönche widmen sich in diesem Tempel den Praktiken des Zen-Buddhismus. Noch vor Sonnenaufgang bereitet sich ein alter Mönch im Rollstuhl auf Sazen vor, die kollektive Sitzmeditation. Es ist Ekiho Miyazaki, der Abt des Tempels. Miyazaki ist 104 Jahre alt. Im Alter von elf Jahren wurde er Zen-Novize. Seit 93 Jahren praktiziert er nun schon Sazen Tag für Tag. Miyazaki ist zudem der spirituelle Führer der 26.000 Mönche der Soto-Schule. Sein Leben lang blieb er den Lehren des Religionsstifters und Gründers von Eheji, Dogen, treu. Sazen ist für ihn eine Lebenseinstellung, die auch im Alltag ihre Berechtigung hat. Dogen hat uns den rechten Weg gezeigt. Durch die Sitzmeditation lernen wir, unsere Aufmerksamkeit allein auf die Gegenwart zu richten. Doch das ist nicht einfach, denn unser Denken dreht sich ständig um Ehre, Status, Eitelkeit, Egoismus und ähnliche Dinge. Wir müssen lernen, uns von unseren Illusionen zu befreien. Dabei hilft uns Sazen. Anlässlich der Neujahrs-Zeremonie hält Miyazaki in Eheji seine Erinnerung. Eine alljährliche Ansprache vor der Glaubensgemeinschaft der Sotoshu. Miyazaki ist der 78. Abt nach Dogen. Mit seinen 104 Jahren ist er der älteste Abt in der 800-jährigen Geschichte des Eheji-Tempels. Er ist erster, oder? Er ist erster, oder? Er ist ein ganzes Geheimnis. der Gott im Grunde. Das war mit dem Namen der Mannschaft. Das ist ein Witz. Das war mein Witz. Er hat sich in der Hand an sich an sich auf der Witz. Ich bin so stark für den Steht, dass ich etwas, abends, dass der Sehnes, der sich die Seele, 3 vor 5 vor 5 vor, Ich bin der Merklauster Stuhl, der Sehnesier ist erstes eine Menschenrechte, Ich bin mir von einem glücklicherweise von seinem Vater, und ich habe ihn vor allem, von Herrn Erich. Ich bin ein glücklicherer und bin ein glücklicherer. Ich bin ein glücklicherer. Ich bin ein glücklicherer und bin ein glücklicherer Die sieben Hauptgebäude des Ehei Tempels, darunter auch die Seele für die Sazen Meditation, und das Rezitieren von Sutren sind durch lange Treppenhäuser miteinander verbunden. Oberhalb der Treppen erstreckt sich ein Korridor, der zu einem Furukaku genannten Gebäude führt. Hier wohnt der Abt. Sein Zimmer liegt im zweiten Stock. Nur wenige Auserwählte unter den mehr als 200 Mönchen des Tempels dürfen diesen Raum betreten. Sollte ich noch nicht mehr als 30 Mönchen des Tempels für die Sazen Meditation. Sollte ich nicht mehr als 30 Mönchen des Tempels für die Sazen Meditation. Ja, ja, ja. Weit vor Sonnenaufgang geht in Miyazakis Zimmer das Licht an. Miyazaki hat sich schon darauf vorbereitet in den Meditationssaal zu gehen. Jeder Tag in Eiji beginnt mit einer Sazen-Sitzung. Als Elfjähriger verbrachte Miyazaki seinen ersten Morgen mit Sitzmeditation und tut dies täglich seit nunmehr 93 Jahren. Der Meditationssaal wird Sodo genannt. Wenn Miyazaki zur Meditation bereit ist, werden die jungen Mönche mit einer Glocke geweckt. Der Abt beginnt seine täglichen Sazen-Sitzungen früher als alle anderen. Dazu lässt er sich im Lotussitz nieder, einer Meditationshaltung, die ursprünglich aus Indien stammt. Plingst. 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 Vor 2500 Jahren, so heißt es, saß Shakyamuni Buddha, der Religionsstifter, so lange unter einem Lindenbaum, bis er Satori erlangte. Die Erkenntnis vom universellen Wesen des Daseins. Zen-Buddhisten meditieren in derselben Sitzhaltung wie Buddha. Die Novizen, die im Zen ausgebildet werden, heißen Unzui. Jemand, der auf der Suche nach seinem Meister von Ort zu Ort zieht. Der Begriff setzt sich zusammen aus den Silben Un, ziehende Wolken und Tsui, Wasser. Die Mönche von Aiji meditieren jeden Morgen 40 Minuten und jeden Abend 80 Minuten lang. Unzui, die noch wenig Meditationspraxis haben, verlieren manchmal ihre Haltung, weil sie schläfrig werden oder weltliche Gedanken zulassen. Dann erhalten sie zur Ermahnung mit dem Kyosaku einen Schlag auf die Schulter. Danach müssen sie sich wieder auf ihre Meditation konzentrieren. Mit Miyazaki, der seit über 90 Jahren Sazen praktiziert, im selben Raum zu sitzen, ist für die Novizen ein zutiefst bewegender Aspekt ihrer Ausbildung. Was bringt die Zen-Meditation eigentlich unserem Geist? Um eine Antwort auf diese Frage zu erhalten, haben wir den Schriftsteller und Buddhismusexperten Huai Tatematsu gebeten, den altehrwürdigen Abt zu interviewen. Seit sechs Jahren schreibt Tatematsu an einem Roman über Dogen. Schon mehrmals war er Gast im Kloster, um Abt Miyazaki über die Lehren des Zen zu befragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tatematsu will den Abt nicht nur über die Bedeutung von Zen im Alltag befragen, sondern auch über dessen 104 Lebensjahre. Woran denken Sie, und ich glaube, das machen Sie ja immer wieder, beim Meditieren? An nichts. An gar nichts? Meditation ist keine Tagträumerei. Sie dient dazu, weltliche Gedanken zu verdrängen, indem man sich allein auf die Atmung konzentriert. Jeder weitere Gedanke wäre überflüssig. Auch ich meditiere ab und zu. Dabei springen aber immer wieder Gedanken in meinem Kopf auf, wie Unkraut in einem Garten. Unser Denken dreht sich ständig um Ehre, Status, Eitelkeit, Egoismus und ähnliche Dinge. Wir müssen lernen, uns von unseren Wünschen und Illusionen zu befreien. Dabei hilft uns Zazen. Sie meinen also, wir können unsere Wünsche verdrängen, wenn wir im Sitzen meditieren? Man tut nichts weiter als Atmen. Im Zazen haben Gedanken keinen Raum. Sazen bedeutet Gratlinigkeit. Man sitzt mit geradem Rücken und Nacken da und lehnt sich nicht zur Seite. Wenn dein Körper geradlinig ist, wird auch dein Geist geradlinig. Man bringt Körper und Geist in Einklang? Körper und Geist gehören zusammen. Ein geradliniger Körper spiegelt einen geradlinigen Geist. Darum geht es im Sazen. Wichtig. Manche glauben, Freiheit sei, alles selbst bestimmen zu können. Ich finde es jedoch wichtiger, seinen Geist durch einen regelmäßigen Tagesablauf zu befreien. Die Unsui, die in der Heiji zu Zen-Mönchen ausgebildet werden, müssen sich streng an die jahrhundertealten traditionellen Sitten und Bräuche des Tempels halten. Die Ausbildung in der Heiji zu Zen-Mönchen ausgebildet werden. Der Heiji umfasst sämtliche Bereiche des Lebens. Dazu gehören auch die Tischmanieren. Jedes kleinste Detail ist genau vorgeschrieben. Von den Positionen der Schüssel und Stäbchen über die Art, diese zu halten, bis hin zur richtigen Art, die Mahlzeiten serviert zu bekommen. Sämtliche Gerichte sind vegetarisch. Aus Respekt gegenüber jedem Lebewesen verzichten Buddhisten darauf, Fleisch und Fisch zu essen, so wie es Buddha vorlebte. Gegessen wird in aufrechter Haltung mit gespreizten Ellenbogen und ohne jegliches Geräusch. Im Laufe eines Jahres finden in der Heiji fast 100 buddhistische Zeremonien statt. Alle sind streng durchchoreografiert, wie dieses Ritual, bei dem ein Novize ein Lesepult für Sutran aufstellt. Die Rituale in Heiji wurden vor vielen Jahrhunderten entwickelt und werden sorgsam gepflegt und weitergegeben. Tagsüber zieht sich Abt Miyazaki in sein Zimmer zurück. Nur die Mönche, die ihn bedienen, wissen, wie er seine Zeit dort verbringt. Miyazaki hält sich strikt an die religiösen Regeln für Mönche und hat sein ganzes Leben im Zölibat verbracht. Die Zubereitung der Mahlzeiten für den Abt gehört zum Tagwerk der Mönche, die ihm als Kammerdiener zur Hand gehen. Wer faul ist, lässt sich gehen und tut, was er will, weil er das für richtig hält. Das öffnet der Zügellosigkeit Tür und Tor. Unserem Meister fällt selbst das kleinste Anzeichen für Unaufmerksamkeit auf. Er sagt zwar nichts, aber ich bin mir sicher, dass er merkt, ob wir bei der Sache sind. Alles ist wichtig. Die Art, das feuchte Handtuch aufzurollen und aufs Tablett zu legen, die richtige Menge Tee in der Tasse. Er nimmt den kleinsten Fehler wahr. Jede Alltagstätigkeit in A.G. ist Teil des mönchischen Lebens und im religiösen Kontext auszuführen. Auch das Putzen. Täglich wird im Furukaku sorgfältig aufgeräumt und sauber gemacht. Togen lehrt uns, dass alles Zen ist. Sie mögen glauben, Zen sei etwas Besonderes. Aber das stimmt nicht. Zen bedeutet, unser Sein mit unseren Taten zu vereinen. Gehen ist Zen. Reden ist Zen. Heißt das, Zazen ist das Sitzen an sich? Können wir sämtliche Aspekte des Lebens als Zen betrachten? Ja, das können wir. Zen-Schuhe auszuziehen ist ebenfalls eine Form der Zen-Meditation. Selbst die richtige Art, Schuhe auszuziehen, gehört zum Leben als Zen-Adept? Zen-Schuhe geordnet abzulegen ist doch natürlich. Wer unordentlich hingeworfene Schuhe sieht, kann sie nicht ignorieren und ist abgelenkt. Unordentlich daliegende Schuhe zeugen von einem unordentlichen Geist. Wer keinen geradlinigen Geist hat, legt seine Schuhe nicht ordentlich ab. Wie jemand Dinge ablegt, ob unordentlich irgendwo oder ordentlich an ihrem Platz, zeigt den Zustand seines Geistes. Ein geradliniger Geist legt alles ordentlich an seinen Platz. Heißt das, selbst wenn jemand Zazen betreibt und glaubt, dies richtig gelernt zu haben, bedeutet das nicht, solange man nicht seine Schuhe ordentlich abstellt? Wir lernen das nicht. Wir tun das, was natürlich ist. So sollten alle Menschen sein. Miyazaki wurde in sehr jungen Jahren von seiner Mutter getrennt. Sein Vater erlag einer Krankheit. So kam er mit elf Jahren als Novize in einem Zen-Tempel unter, wo er von seinem späteren spirituellen Mentor Gindo Koshio ausgebildet wurde. Kendo Koshio war abt im Fukudenji, einem Tempel in Kokagawa, einer Stadt in der zentraljapanischen Präfektur Yugo. Koshio, der nie geheiratet hatte, widmete sich der Ausbildung seines jungen Unzui. Wie Miyazaki heute, stand auch er um drei Uhr früh auf, um Sitzmeditation zu betreiben. Und wie dieser hielt auch er sich sein ganzes Leben lang an die althergebrachten Zen-Regeln. Der kleine Miyazaki, der viel lieber mit anderen Kindern gespielt hätte, fand das Leben im Tempel anfangs viel zu streng. Er konnte nicht wirklich verstehen, warum sein Meister von ihm verlangte, sich der Sitzmeditation zu widmen. Ich betreibe Zazen, seit ich elf bin. Anfangs ließ ich mich nur ungern zur Sitzmeditation nieder. Ständig fielen mir Dinge ein, die ich viel lieber getan hätte. Es gab so vieles, was ich stattdessen hätte tun können. Miyazaki wollte unbedingt studieren und schrieb sich trotz des Widerstands seines Meisters an einer Universität ein. Er war immer noch skeptisch gegenüber der Sitzmeditation und den strikten Regeln des Zen. Doch das sollte sich ändern, als sein spiritueller Mentor Gindo Koshio im Alter von 82 Jahren starb. Miyazaki, damals ein junger Mann von 29 Jahren, wachte eine ganze Nacht lang neben Koshios Leichnam. Und er erinnerte sich an die Zeit, die er als Novize mit seinem Meister verbracht hatte. Da saß ich nun vor dem Leichnam meines alten Meisters. Und mir wurde plötzlich klar, was für ein großer Mann er gewesen war. Trotz seines hohen Alters war er nicht überheblich. Er aß dieselben Speisen wie die Novizen. Er hatte denselben Tagesablauf wie sie und war frei von weltlichen Wünschen. Er war wirklich ein großes Vorbild für uns alle. Denn er unterrichtete uns nicht allein mit Worten, sondern lebte uns den wahren Buddhismus vor. Im Fukuden-Tempel, in dem Miyazaki zum Mönch ausgebildet wurde, werden einige Erinnerungsstücke an Koshio aufbewahrt. Darunter sein schlichter Baumwoll-Kimono. Nach Koshios Tod trug Miyazaki dessen abgewetzten Kimono und widmete sich wieder getreu dem Vorbild seines Meisters, der Zen-Meditation. Ich möchte so sein wie mein alter Meister. Menschen sollten Vorbilder haben und ihnen nacheifern. Denn wir lernen, indem wir das nachahmen, was andere tun. Wenn man allerdings jemandem nur einen Tag lang nacheifert, kommt man nicht weit. Denn am Tag darauf ist alles schon wieder vergessen. Und man ist nichts weiter als ein Nachahmer. Erst wenn man sein ganzes Leben lang jemandem nacheifert, kommt man seinem Vorbild wirklich gleich, ohne es zu kopieren. Als Miyazaki das Amt seines Meisters im Fukuden-Tempel übernahm, hörte er auf, über den Sinn von Zen nachzudenken und gab sich voll und ganz der Sitzmeditation hin. Der altehrwürdige Abt des Eheiji-Tempels widmet sich bis heute seinen täglichen Exerzitien. Zur Hand gehen ihm dabei einige jüngere Mönche, so auch Tescu Kawase. Seit mehr als sieben Jahren kümmert sich Kawase um Miyazaki. Sowohl im Furukaku als auch außerhalb dieses Gebäudes. Unser Meister steht immer sehr früh zur gleichen Zeit auf und praktiziert Sassen. Eines Tages begrüßte ich ihn etwas früher als üblich, als er noch meditierte. Als ich meinen Meister meditierend da sitzen sah, sagte ich mir, ich sollte ihn mir zum Vorbild nehmen. Aber ich bin manchmal so müde, dass ich nicht regelmässig meditieren kann. Doch die Taten meines Meisters inspirieren mich dazu, es immer wieder zu versuchen. Kawase soll eigentlich als Erbe den Tempel seines Vaters übernehmen. Schon oft hat er darüber nachgedacht, Eheiji zu verlassen und dorthin zurückzukehren. Doch sobald er Miyazaki sieht, wird ihm klar, dass er seinen Abt unmöglich im Stich lassen kann. Nach der Morgenmeditation rezitieren alle Mönche gemeinsam Sutren und nennen in der zeitlichen Reihenfolge die Namen aller Äbte des Tempels, die einander in der Vermittlung der Lehre Buddhas ablösten. Beginnend mit Dogen bis hin zu Miyazakis unmittelbarem Vorgänger. Buddhas Lehre ist gut 2500 Jahre alt. Aufgabe jedes Abtes ist, diese Lehre der nächsten Generation zu übermitteln. Dogen bis hin, Untertitelung des ZDF, 2020 Miyazaki hat aber weit mehr zu tun, als die Mönche Ehejis auszubilden. Heute besucht er die Hauptverwaltung der Soto-Schule. Denn Miyazaki ist auch das religiöse Oberhaupt dieser buddhistischen Glaubensrichtung. Untertitelung des ZDF, 2020 In ganz Japan gibt es etwa 15.000 Sotoshu-Tempel. Miyazaki predigt zu Äbten aus dem ganzen Land, um ihnen den rechten Pfad aufzuzeigen. Miyazaki-Tempelung des ZDF, 2020 Möjischung 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 des ZDF, 2020 Dem Religionsführer Miyazaki liegt es sehr am Herzen, seinen 26.000 ihm ergebenen Mönchen die Bedeutung von stillen Taten darzulegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Furukaku von Heiji geht es heute außergewöhnlich hektisch zu. Der Abt hat sich erkältet. Die Mönche um Miyazaki sorgen sich nicht nur wegen dessen fortgeschrittenen Alters, sondern auch, weil der Abt nur noch einen gesunden Lungenflügel hat. Vor 35 Jahren erkrankte der damals 69-jährige Miyazaki an einer schweren Tuberkulose. Ich dachte, mein Ende sei gekommen. Ich konnte nichts sehen. Erst nach einiger Zeit sah ich ganz verschwommen die Umrisse der Holzvertäfelung an der Decke. Ich war so schwach, dass es mir egal war, ob ich sterbe oder nicht. Ich hatte solche Schmerzen. Miyazakis Verhalten während dieser Zeit zwischen Leben und Tod erstaunte die Ärzte. Obwohl sie ihm absolute Bettruhe empfohlen hatten, bestand er darauf, auf seinem Krankenhausbett sitzend zu meditieren. Die Ärzte und Krankenschwestern rieten mir davon ab. Sie sagten, sie sind sehr krank und sollten nicht aufrecht im Bett sitzen. Ich sagte, na gut, und legte mich wieder hin. Und sobald sie weg waren, machte ich mit Sazen weiter. Über drei Jahre und vier Monate lang war Miyazaki im Krankenhaus. Jeden Morgen schaute er beim Meditieren aus dem Fenster. Der Dichter Shiki Mazouka schrieb, du kannst dir jederzeit den Tod wünschen. Früher hielt ich diese Denkweise für eine große, spirituelle Erkenntnis. Aber jetzt denke ich anders darüber. Erkenntnis bedeutet, mit einem unbeirrbaren Gleichmut zu leben. Verstehen Sie? Es ist schwierig, solch einen Gleichmut zu erlangen und zu bewahren. Du stirbst, wenn deine Zeit gekommen ist. Davor aber solltest du möglichst großen Gleichmut aufbringen. Nach seiner Entlassung aus der Klinik kehrte Miyazaki sofort nach Eheiji zurück, um dort wieder mit den jungen Unsui zu meditieren und mit ihnen auf der Suche nach Almosen durch die Stadt zu ziehen. Vor elf Jahren wurde Miyazaki als Anerkennung seiner unerschütterlichen Haltung zum Abt des Ehei-Tempels ernannt. Damals war er 93 Jahre alt. Heute besuchen einige Frauen aus der Region Miyazaki im Furukaku. Miyazaki findet für jede seiner Besucherinnen ein paar persönliche Worte. Untertitel vonien, Ihnen eine schöne Woche aus dem trünen Ja, Herr Hauber! Untritte. Jetzt habe ich als auch eine Mordathe von der Klinik, von Mordathe von der Klinik-Anerkennung. Jetzt habe ich den Klinik-Anerkennung. Hier haben Sie die Klinik-Anerkennung. Ich mache ich auch eine Mordathe von der Klinik-Anerkennung. einen in den Klinik-Anerkennung. Ich habe mich auf einen Gelegenheit und ich bin ein Teil von einem Köln. Wenn ich in der Köln bin bin, dann habe ich mich für 50,000 Euro. Ich habe mich für das Köln und bin ein Köln. Wenn ich mich für die Köln bin bin, dann habe ich mich für das Köln. Ich habe mich für das Köln und habe mich für das Köln. Ich lade auf mich, wenn ich den Schmack in den Tafen mache, dann habe ich命 nach Hause. Und ich habe einen Ratsing, weil ich命 von der Schmack aufzumme, dass ich mich nicht schütte. Das ist ich mag nicht so, also habe ich命 gehalten. Ich habe dann, wenn ich mich nicht verletzte, was ich mich nicht verletzte, wenn ich mich nicht verletzte, Ich bin ein bisschen überrascht. Ja. Ich bin ein bisschen verstanden. Ich bin ein bisschen verstanden. Ich bin ein bisschen verstanden, um mich zu dir zu, wenn ich mich zu dir, wenn ich mich zu einem anderen Menschen wache, wenn ich mich zu dir, Wenn Miyazaki nicht meditiert oder Sutren rezitiert, widmet er sich in seinem Zimmer weiteren buddhistischen Praktiken. Dies ist seine handgeschriebene Abschrift des Sutras des Herzens, welches die Lehre Buddhas umreißt und den Zustand des Satori beschreibt. Der Erkenntnis vom universellen Wesen des Daseins, die einen von allem befreit. Kurz vor seiner Ernennung zum Abt begann Miyazaki sich in Shakyō zu üben, der Abschrift der Sutren in seinem Fall des Sutras des Herzens. Mit seinem Kalligrafiepinsel übt er sich täglich darin und hat bislang mehr als 8000 Mal das Sutra des Herzens abgeschrieben. Wir dürfen ihn heute dabei filmen. Zwei- bis dreimal täglich kopiert er die 262 Schriftzeichen des Sutras. Zwei- bis dreimal täglich kopiert er sich. 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 An's Ende setzt er jedes Mal dieselbe Widmung. Möge der Verdienst hiervon alle Dinge aller Orten durchdringen, damit wir und jedes Wesen gemeinsam Buddhas Pfad folgen können. Mit der täglichen Abschrift des Sutras bittet Miyazaki um ein friedvolles Leben für alle Geschöpfe auf der Welt. Ich bin Eheji. Mein Name lautet Ekyo Miyazaki. Der Tempel und ich sind eins. Nichts ist wichtiger als das eigene Ich. Das soll aber nicht heissen, dass man sich nicht um den Nächsten kümmern muss. Deine Umgebung ist ein Teil von dir. In meinem Fall ist dies der Ehei-Tempel. Indem ich Eheiji wertschätze, achte ich mich selbst. Wie schön die Vögel singen. Eheiji kommt mir vor wie ein Teil der Natur. Es ist ein wunderschöner Ort. Wie denken Sie über die Natur? Die Natur ist perfekt. Ich führe ein Tagebuch, in dem ich notiere, an welchem Tag, welchen Monats, welche Blume blüht. Welche Vögel singen. Oder die Grillen zirpen. Jahr um Jahr liegen diese Daten kaum auseinander. Diese Regelmäßigkeit ist ein Naturgesetz. Alles, was dem Gesetz der Natur folgt, ist Natur. Weil dem so ist, sollten die Menschen in ihrem Leben den Gesetzen der Natur gehorchen. Wer seinen Wünschen hinterherrennt, fällt dem Strudel der Verwirrung anheim. In der Natur jedoch findet sich die Wahrheit. Und sie erwartet dafür weder Lob. Noch verlangt sie eine Gegenleistung. Wenn die Zeit gekommen ist, lässt sie die Blumen blühen. Und tut still und leise. Ob man sie dafür lobt oder nicht. Das, was zu tun ist. So wie wir mit unserer Meditation und unseren Praktiken. Denn in der Stille liegt die Wahrheit. Das, was wir mit unserer Meditation und unseren Verwirrung anheim. An seinem 104. Geburtstag rezitiert Miyazaki ein Gedicht im chinesischen Stil, in dem er sein Leben allegorisch mit einem Pflaumenbaum vergleicht. Selbst ein alter Pflaumenbaum kann in voller Blüte stehen, dank einem Leben im Zeichen des Sinn. Ekiho Miyazakis Amt als 78. Abt des Ehei-Tempels endet erst mit seinem Tod. Bis es soweit ist, widmet er sich weiterhin Tag für Tag seinen buddhistischen Praktiken. Bis es soweit ist, widmet er sich weiterhin Tag für Tag für Tag für Tag für Tag. Tag für Tag für Tag für Tag für Tag für Tag.